So, schönen guten Morgen zu Merkta-Morgen. Was für ein Tag gestern an den Börsen. Es ging endlich mal schön nach oben, ohne Rücksetzer. Es war ein wirklich toller Tag, zumindest für die Bullen. Und ja, da hat man gute Laune. Allerdings nicht alle haben gute Laune, wie ich gehört habe. Die Frau Schimpke ist heute nicht so gut gelaunt. Wie kann das sein? Der DAX über 11.000. Ja, DAX ist das eine, aber man hat ja irgendwie auch noch ein Leben. Ganz ehrlich, gestern viel zu spät ins Bett. Ich habe die letzte Folge von The Last Dance geschaut. Michael Jordan ist schon ein Typ. Also, das ist das eine. Zu spät ins Bett heute, der Wecker zu früh geklingelt, dann zum Warnhof. Zug nicht gekommen und es ging die ganze Zeit so weiter. Also, es muss jetzt bitte was Positives kommen. Denn das, was der DAX gestern gemacht hat, habe ich ja schon nicht mehr mitbekommen. Weil Frühschicht und schon nicht mehr dann da, als er so abgehoben hat. Von daher, bitte doch jetzt mal ein freundlicher Start. Aber ganz danach sieht es ja auch tatsächlich aus. Und das, was wir gestern hier gesehen haben, das ist Auftakt nach Mars. Kann so weitergehen. Direkt mal so die 11. Direkt, aber tut es nicht. 5,7 Prozent. Direkt nochmal Tag 2. Unwahrscheinlich. Aber die Stimmung ist durchaus freundlich. Denn der Dow Future im positiven Bereich. Und somit rechnen wir, dass wir zumindest die nächste kleine Runde Marke hier nehmen. Die 11.100 Punkte Marke zum Auftakt. Was sind die treibenden Faktoren eigentlich, die in der vergangenen Woche noch für Sorge und Skepsis gesorgt haben? Nämlich Lockerungsmaßnahmen. Unter anderem auch in US-Bundesstaaten. Und klar, treibt die Konjunktur voran. Aber die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle, die ist jetzt erst einmal wieder komplett ausgemerzt und beiseite gedrängt. Der Optimismus setzt sich hier durch. Hinzu kam dann auch noch die Hoffnung auf einen Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 und Fed-Chef Jerome Paul. Auch der hat sich ja nochmal zu Wort gemeldet und gesagt. Also er rechnet damit und erwartet bereits im Sommer eine Konjunkturerholung und keine Depressionen wie in den 30er, 19, 30er Jahren. Das muss man ja inzwischen schon dazu sagen. Und außerdem wird ja dann darauf gesetzt, dass eben die Fed zur Not auch stützend eingreift. Hat Positives auch dann für die asiatischen Märkte. Nikai Hang Seng, komfortabel im Plus mit 1,8 Prozent. Auch für den Shanghai Composite ging es nach oben. Und der Dow gestern, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, 3,9 Prozent fester. Wieder über der 24.000 Punkte Marke. Ja, läuft. Also könnte meine Laune bessern. Ja, und du hast auch eigentlich alles gesagt. Das heißt, ich kann relativ schnell zurück an meinen Schreibtisch. Nein. Aber hoffen wir mal ganz einfach, dass sich das natürlich heute irgendwie so durchsetzt und fortführt. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, die 11.000 Punkte Marke. Das gebe ich jetzt so mit. Jetzt sind es ja nur noch 2.800 Punkte bis zum Hoch. Also, dir schönen Dank nach Frankfurt. Und so, dann schauen wir mal, was die Kollegin gerade erzählt hat. Also, Dow Jones, 9,11. 911 Punkte, 95 ging es nach oben, 3,9 Prozent. Der Tech-Sektor etwas schwächer unterwegs. Das hat er auch durchaus seine Begründung. Heute Morgen Asien sehen wir uns auch noch mal kurz an. Da ist das Ganze ebenfalls sehr positiv, aber etwas verhaltener. Die wollten da noch nicht ganz so drauf springen. Wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme. Die Anleger haben auf den Nachrichtenfluss reagiert. Und wir schauen uns jetzt mal verschiedene Charts an. Ich hatte es gerade schon gesagt, das Schöne an dem gestrigen Tag war, dass es so gut, wenn wir jetzt hier wirklich mal von den letzten paar Handelsminuten absehen, war es ein Tag, an dem die Bären wirklich kein Versteck gefunden haben und keinen Ansatzpunkt gefunden haben, um in den Markt reinzukommen. Es gab dauernd nur noch eins auf die Mütze. Es ging den ganzen Tag weiter nach oben. Viele Unternehmen natürlich auch dabei, die zuletzt auf der Verliererseite gestanden hatten. So, und jetzt sehen wir, aha, wird hier interessant, ja, wenn wir da so eine kleine, ja, horizontal ist das nicht, aber das können wir nochmal nachfahren, wenn wir so eine kleine horizontale Widerstandslinie da einzeichnen in dem Bereich, da sollten wir jetzt drüber hüpfen. Und dann könnten wir einen neuen Impuls generieren, damit es weiter hoch geht. Vielleicht dann auch in die Richtung 26.000 Punkte im Daumen. Also, Moderna hatte das Ganze mehr oder weniger ausgelöst. Das Unternehmen, das gesagt hatte, naja, die ersten Daten, die wir aus unseren frühen Erprobungen für einen Impfstoffkandidaten haben, die sind positiv. Da haben wir im Blut schöne viele Antikörper gefunden. Und das ist letztendlich die Idee, die der Markt gespielt hat. Moderna ging gestern dann eben 20 Prozent nach oben. Übrigens, die haben das Ganze genutzt, um eine K&E durchzuführen. 1, ich müsste nachfahren, nein, muss ich nicht, 1,25 Milliarden Dollar haben sie eingesammelt zu einem Preis von 76 Dollar. Das ist mehr oder weniger gefixt, die ganze Veranstaltung. Also von hier aus sollte auch nicht allzu viel Druck zu erwarten sein. Das Ganze dann, sagt mein Kollege Michel Döpke zu mir, Mensch, ich habe das mit Moderna gelesen. Und dann wundere ich mich, Biontech macht ja etwas Ähnliches. Weshalb springen die nicht ebenfalls gleich mit an? Und Sie sehen es, der Tagesverlauf, das ist der Tageschart von Biontech. Ja, da haben sich die Anleger ein wenig geziert und wussten nicht so richtig, was sie mit der Information anfangen sollen. Aber dann zum Handelsende ging es auch hier kräftig, kräftig nach oben. Und die Aktie hat massiv nochmal oben drauf gelegt. Auch hier sehen wir uns natürlich den längerfristigen Chart nochmal an. Also, das ist das hier, wo wird das sein? 62 Dollar etwa, da müssen wir drüber. Und dann hätten wir auch hier erstmal wieder kräftig Luft. Die Idee auch hier, dass irgendwann ein Impfstoff ganz einfach entwickelt wird. Carnival, ich hatte Ihnen gestern gesagt in der US-Sendung, das Storytelling hat sich gestern verdreht. Also einmal 180 Grad. Bisher waren die Hauptthemen Covid-19, Coronavirus, Stay-at-Home. Das war letztendlich das, was gespielt wurde, unabhängig von den Bewertungen, die dann aufgerufen wurden. Also das heißt, alle Unternehmen, die irgendwie davon profitiert haben, sind nach oben gegangen. Gestern hat es sich gedreht. Die Idee, dass das alles wieder hochfährt, die Wirtschaft wieder hochfährt und dann auch vielleicht die Unternehmen, die massiv unter die Räder gekommen sind in diesem Zuge, Reiseunternehmen, die haben jetzt gestern mal Schwung geholt. Sie sehen es, Carnival, da ging es gestern um 15 Prozent nach oben. Ich hatte Ihnen ja auch gesagt, der Chef des Unternehmens hatte zuletzt gesagt, 40 Prozent der Buchungen wurden nicht. Also es gab keine Rückforderung für diese Buchungen. Das heißt, es gibt weiterhin Interesse am Verreisen. Die Lust am Reisen ist nicht mit Covid-19 über den Jordan gegangen. Und letztendlich, das stört die Hoffnung, dass es wieder bessere Zeiten gibt, auch wenn die natürlich richtig übel erwischt wurden. Zoom-Video auf der anderen Seite. Das war ja ein Coronavirus-Profiteur. Und da ging es dann gestern eben mal etwas kräftiger nach unten. Wir sehen es, 6 Prozent, 10 Dollar. Wobei, wenn Sie sich das Niveau hier natürlich anschauen, dann sind diese 6 Prozent durchaus zu verkraften. Für Anleger, die meinetwegen hier, hier oder auch hier irgendwo eingestiegen sind, die lachen sich über sowas natürlich momentan tot. Mal schauen, wie nachhaltig das Ganze ist. Dann gab es gestern natürlich noch den Block der China-Aktien. Und da muss man sagen, als hätte man Glückskeks letztendlich zerbrochen. Und innen drin hätte gestanden Freispiel. Weil die Aktien sind gestern alle, wirklich durch die Bank, alle massiv im Wert gestiegen. Und diese 5,7 Prozent, die wir bei Alibaba gesehen haben. Und jetzt hier der schöne, schnelle Anstieg in Richtung 230. Das ist das Allzeithoch. Also fehlen jetzt noch irgendwie so 6 Prozent. Das war wirklich am unteren Ende. Da gab es ganz andere Anstiege. Beispielsweise JD.com. Da ging es um 9 Prozent nach oben. Auch hier richtig schön nochmal einen mitgenommen. Vielleicht auch die Idee, dass der Handelsstreit dann natürlich ebenfalls in den Hintergrund getreten ist. Das mag einer der Begründungen gewesen sein. China-Daten, die zuletzt gekommen sind, Konjunkturdaten, waren gar nicht so schlecht. Also von daher weiterer positiver Aspekt. Und dann YY. Die sind alle gestern, wie gesagt, nach oben marschiert. Beim DAX warten wir ab. Das sieht ja ähnlich aus wie beim Dow Jones. Da müssen wir noch ein paar Pünktchen nehmen. Bei der Deutschen Telekom, da müssen wir gar nicht mehr so lange abwarten. Es sieht nämlich danach aus, dass das Wall Street Journal, das ja darüber berichtet hatte, dass Softbank einen Teil seiner Aktien an dem neuen Unternehmen Team Mobile US Sprint, das ja am 1. April fusioniert worden, dass ein Teil dieser Aktien verkauft werden soll. Bisher hatte die Softbank 24 Prozent an dem neuen Unternehmen gehalten. Deutsche Telekom etwas über 40 Prozent. Und jetzt soll ein Teil dieser Aktien, wie gesagt, umplatziert werden von Seiten der Softbank. Weshalb? Die haben natürlich in den vergangenen Monaten ordentlich Geld verbrannt mit ihrem Beteiligungsgeschäft, brauchen dringend Kapital. Und da können sie Kapital ganz einfach generieren. Da können sie Geld machen, indem sie ihre Aktienpakete verkaufen. Also die Deutsche Telekom ist ein möglicher Käufer, wird bereits gemunkelt. Würde natürlich auch Sinn machen, auch wenn die jetzt schon natürlich am neuen Unternehmen. Da wird sich wenig ändern. Die Stimmrechte, die Stimmrechtsmehrheit haben sie ohnehin gehabt. Und konsolidiert worden ist das Ganze auch. Aber es können weitere Investoren dazukommen, müssen wir uns ganz einfach die kommenden Tage noch anschauen. Aber prinzipiell natürlich positiv für die Deutsche Telekom. MTU letztendlich wie Karneval. Ja, das können Sie genauso sehen. Da muss man auch gar nicht jetzt großartig drüber reden. Einer der großen Verlierer, alles was mit Triebwerken zu tun hatte, Reisebranche, Flugverkehr etc. pp. Das hat natürlich auf die Mütze gekriegt. Und jetzt die Idee, dass es da, wie gesagt, zu einer Erholung kommt. Und dann schauen die Anleger, Mensch, was hat es denn besonders nach unten gedrückt? Da braucht es keine Nachrichten, da braucht es wirklich nur die Idee eines Impfstoffs. Und das reicht dann. Gestern schon massiv nach oben gelaufen, vielleicht heute noch ein paar Anschlusskäufe. Auf der anderen Seite natürlich HelloFresh, einer der Gewinner, könnten dann unter Druck geraten, weil die Anleger natürlich auch Kapital freimachen müssen. Und dann langsam auch die Sorge um sich greift. Aha, es könnte vielleicht doch mal um die Bewertungen gehen. Und das sind natürlich die Gewinner der letzten Wochen. Da sind die Bewertungen natürlich schon ordentlich nach oben gelaufen. Wirecard. Ganz interessant, wir hatten ja hier das Tief gesehen. Das ist im März gewesen. Dann am Freitag dieses sehr starke Ruckeln. Ich hatte schon gesagt, meiner Meinung nach war das eine charttechnische Reaktion. Für mich hat es jedenfalls so ausgesehen. Dieses Randpirschen an die 80-Euro-Marke. Und dann haben sie es einmal durchgelassen. Bis jetzt sieht es nach einer Bärenfalle aus. Eine Bärenfalle ist nichts anderes. Es sieht zu schön aus, um wahr zu sein. Ja, hier nochmal dieses Tief unterschritten. Dann kommen alle drauf, wollen nochmal auf der Unterseite Geld verdienen mit fallenden Kursen. Und dann dreht die Aktie gleich nach oben. Heute Morgen hat sich das Nachrichtenbild wieder etwas verschlechtert. Die Deutsche Bank hat ihr Research für Wirecard zunächst mal ausgesetzt mit der Begründung Transparenz. Die hatten sich den Prüfbericht von KPMG sehr genau durchgelesen und haben gesagt, naja, das, was ohnehin bekannt war, dass es Probleme gab, Dokumente zu beschaffen, mit verschiedenen wichtigen Leuten zu sprechen, zeitnah. Das hat alles dazu geführt, dass man sich jetzt erstmal aus der Sache rausziehen will. Dann die Financial Times hat nachgelegt, angeblich soll die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung bereits im vergangenen Jahr mit einer Untersuchung der Bilanzierungsmethoden begonnen haben. Aber da gibt es keine Bestätigung. Muss man mal abwarten, was die Anleger da heute draus machen. Aber insgesamt das News-Umfeld für Wirecard sicherlich, es könnte besser sein. So, dann harren wir mal der Dinge, die da auf uns zukommen. Verspricht ja ein ganz interessanter Tag zu werden. Wir hoffen natürlich und drücken die Daumen, dass wir hier Anschlusskäufe sehen werden. Die gute Stimmung sich fortsetzt und wir sehen uns wieder dann mit der Opening-Bellung 14.40 Uhr. Bis dann, gute Zeit, gute Kurse. Bis dann, gute Zeit.